Sooo, Solo gegen Duos. Ich bin bewaffnet mit einer Wetterly-Karabiner Marksman und einer Handarmenbrust. Kann lustig werden, wir haben zwei Bosse, wir sind im Gebiet vom Moichler. Dafür habe ich Gift dabei, das ist richtig gut. Guckt mal gut an. Ich versuche für meine Verhältnisse mal leise zu sein. Ich bin es selten genug vor, dass ich mal leise spiele. Da lasse ich mich erstmal überraschen, wie das läuft. Ich glaube, im Solo-Rauty-Hand ist es das Beste, was man machen kann, leise zu sein. Oder so leise wie möglich. Ich habe zwar jetzt keine schallgenämpfte Waffe dabei. Ich habe jetzt extra die... ...Waterly-Marksman dabei. Damit ich die... ...Waterly-Schalldämpfer langsam freischalte. Die habe ich nämlich noch nicht. Das wäre nämlich meine Go-To-Waffe. Im Solo. Da vorne ist der Clue. Häufig habe ich ja im Solo tatsächlich Glück, dass ich im ersten oder zweiten Compound direkt den Boss finde. Gucken, wie das diesmal sein wird. Eigentlich würde ich lieber tatsächlich... ...Anderen den Vortrag lassen, als selbst hier was zu machen. Und dann alleine... ...und mehrere zu verteidigen. Das klappt nämlich bei mir in den seltensten Fällen. Da ist der Clue. Das läuft ganz gut. Ich habe noch keinen unnötigen Lärm gemacht. Das passt alles. So, weiter nach Arden Parish, würde ich mal sagen. Ja, gehe ich nicht lang. Ich möchte die Hunde nicht aufschrecken. Anzündet möchte ich auch nicht. Das macht auch unnötig Lärm. ...extra die Marksman mitgenommen, damit ich zumindest auf größere Entfernung ein wenig effektiv sein kann. Trades habe ich übrigens keine. Das war ein Gratisjäger. Da habe ich die Karabiner, die Wetter, die Karabiner Marksman gegeben habe. Ursprünglich hatte er eine Romero dabei. Und Shotgun im Solo ist... Da sehe ich mich nicht. Ich werde versuchen, so auf Yid-Wide-Geräusche zu hören, damit ich nicht überrascht werde. Was, glaube ich, im Solo... ...noch eher gefährlich wäre. Fühlig wäre es immer gefährlich, aber gerade im Solo. Ein gut platzierter Schuss ist weg. Es ist niemand da, der mich aufheben kann. Daher bleibe ich ruhig. Vermeide überrascht werden. Das habe ich nur am Anfang der Runde was gehört. Ein paar Explosionen und Schüsse. Es ist ungewohnt, so zu spielen, tatsächlich. Allerweise habe ich ja eher die Brechstangen-Methode. Ich habe eingesehen, dass das im Solo nicht so gut funktioniert, solange ich nicht das Master Aim habe. Und alles One-Tabble. Ich hoffe, dass, auch wenn ich die Runde vielleicht nicht gewinne, ich wenigstens ein Team ausschalten kann. Um mir vielleicht andere Waffen zu besorgen. Zumindest eine andere Pistole. Weil die Hand am Brust hat jetzt eigentlich im Grunde nur einen reinen PvE-Aspekt für mich. Wahrscheinlichkeit, dass ich den in einem Kampf gegen einen Spieler verwende, ist sehr gering. Im äußeren Notfall. Höchstens. Also es ist sehr still bisher. Außerdem habe ich die Hoffnung. Ich bin gerade Level 98. Ich bin einer guten Runde. Wenn ich sie dann überlebe. 100 erreichen werde. Ich habe leider diesen Tick, dass ich unbedingt die Chance habe, eine Zahl zu erhöhen. Werde ich das tun. Der Prestige sind nun mal auch Zahlen. Das heißt, ich habe den Drang, sie zu erhöhen. Auch wenn es natürlich wenig bringt, Prestige aufzusteigen. Ich tue es trotzdem. Und ich mag halt einfach diesen Freischalt-Aspekt. Waffen frei zu schalten. Immer und immer wieder. Verschiedene Varianten frei zu spielen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Bei mir, warum ich habe es so lieber. Abgrund ist natürlich selbstgeschreckt das Gameplay. Das ist eher suboptimal. Halb so wild. Die Hunde da. Würde ich wirklich ungern aufschrecken. Ich habe die Befürchtung ein bisschen, muss ich zugeben. Aber das macht ja keinen Sinn. Ich habe ja am Anfang Schüsse gehört. Ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass ich in einer Runde ohne Gegenspieler gelandet bin. Weil wir haben 3 Uhr morgens in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und die Wartezeit vor der Runde war sehr lang. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert. Dass ich dann einfach auf eine leere Karte geschmissen werde. Aber warten wir mal ab. Aber es ist doch schon verdächtig ruhig. Finde ich geil, wenn man hier Schaden bekommen würde, wenn man dagegen läuft. Ich würde tatsächlich sagen, ich den Boss gemacht habe und niemand da ist, werde ich den anderen Boss auch noch in Angriff nehmen. Aber wenn ich auf einer, wenn ich nicht auf einer leeren Map spawnt bin, die auch noch andere Spieler sind, dann werden die, schätze ich, mal kommen. 3 leichte Schläge sind ungefähr so stark wie ein schwerer Schlag. Das wäre natürlich absoluter Mist, wenn ich in dieser Runde alleine wäre, weil dann wird es diese Aufnahme hier nie nach YouTube schaffen. Das ist dann doch nicht ganz so spannend zum Ansehen. All das, was ich jetzt hier gequatscht habe, war für die Katz. Wenn etwas mittlerweile auf YouTube kommt, hatte ich einen kleinen, kleinen Wechsel in der Herangehensweise, was die YouTube Episode von Hunt angeht. Dann nur noch Episoden, die sich tatsächlich lohnen, beziehungsweise Runden, die sich tatsächlich lohnen. Da Runde, wo ich nur auf die Fresse kriege und in einer Session, oder wie jetzt, der einfach nichts passiert, will sich keiner anschauen. Daher kommt tatsächlich nur Runden auf YouTube, die auch sehenswert sind. Zumindest, die ich für sehenswert halte. Bisher, ist das jetzt rein aus Gameplay-Sicht nichts das Spannendste von der Welt. Warten wir mal ab. Natürlich für das Level wäre super. Wenn ich allein auf dem Web bin, dann mache ich einfach beide Bosse, hau ab und dann sollte sich das erledigt haben. Prestige, aber ich werde eine weitere Runde und in diesem Prestige noch aufnehmen, damit ich halt ein bisschen Geld habe. nicht aufschrecken. Langsam habe ich noch Zweifel, ob wir noch andere Spieler sind. Ich finde es lustig, wenn ich allein in einem Game bin, ich weiße, im Game bin. Mit einem anderen Spieler, mit einem anderen Solo-Spieler. der genau denselben spielerischen Ansatz gewählt hat, wie ich, nämlich leise. Ach, guck mal. Fortkarmik, aber das haben wir schon mal auch leise gemacht. Also eine leise Runde. Ich werde mir jetzt eine Nahkamp-Profe suchen. Und den guten Mann, den guten Meuchler, ach, guck mal an, Niedergiften und Axten, alleine bin ich. Die haben auf jeden Fall das Potenzial, einfach zu gehen. zwei Ausgänge direkt nebenan. Dann haue ich mir mal ganz kurz die Info rein. Ich schmeiße den, die Wolke dahin. Na, ich will jetzt die ganze Zeit im Auge haben, ob ich alleine bin. und beziehungsweise, ob ich safe bin oder nicht. Ach, war schon mal ein sauberer Start. Dann verteilt er sich. Warte ich einfach mal für ein Gift, hier kann er mir ja nichts. Wenn das eine Klone, können wir hier nichts. Aha. Also bin ich nicht alleine. Bin ich doch schon mal beruhigt, was das angeht. Ja, dann schauen wir mal. Ich finde, was angezündet. Hätte ich mich mitnehmen sollen. Egal welche. Vielleicht nicht das Schlechteste. Das ist der, wo ich gleich immer noch trotzdem durch das Ganze watschelt. Finde ich sehr gut. Hinter mir oder dem Dude, der hier rum selbst gearbeitet hat. Lärm. Ich höre es nicht raus. Ich weiß, wo er ist. Frag mich, ob er mich hört. Zombie. Und dann war er gejuckt. Das ist ganz schlecht. Doch. Besser. Und auch die Frage, sind die alleine? Das ist der der alleine. Das ist der zweit. Das ist die Frage. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es gut läuft, weil ich leider aktuell mit einer 3er, 3 Sterne MMR spiele. Das ist groß. Oh, ich habe da eine Idee. Perfekt. Er sei über. Das ist ganz Arbeit geleistet. Sehr schön. Wenn ich hier die gerade Steppen hören... Aber wo ist die Frage? Was machen die anderen? Das wird... Das werde ich aufgehoben. Bisher, das Bounty. Ist gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es rauswenden. Wenn ich hier leben, draus komme. Diese langsame, vorsichtige Spielweise. Das strebt mir so sehr. Dass sie mich nicht gesehen hat. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch den Bus. Wir wissen, dass ich allein bin. Was hatte die denn? Von der Level und der Portico... Okay. Schade um die Level. Der Erdeschuss, der war wichtig. Das stelle ich mir natürlich die Frage. Ist ja oben drin und durchs Gift gelaufen. Ja, ist er. Das war so. Wie hat die Chance gesehen? Das war ein neutronischer. Aber ja, das war das! Okay, es ist definitiv der Maid. Hmm. 36 Prozent. Alter. So leicht erschreckt. Ah, shit. Na, komm her. Ah, shit. Hm. Ah, shit. Boah. Alles sehr vorsichtig. Der erste Wurf war da schon mal verkackt. Wenn man wieder reingeht auf jeden Fall. Guck mal. Nimm ich witz. Auf jeden Fall wieder rein. Nicht die Gefahr, die Gefahr, dass er hier drin ist. Das ist der Zombie. Wenn er natürlich eine Schottkart hat, ist das natürlich. Gute Katastrophe. Ähm. Da hinten. Ich bin voll hit, aber weißt du was? Den jage ich. Ist es mir wert? Wollen wir was sehen hier in der Runde? Problem. Ich habe jetzt natürlich keine. Vieles anders. Natürlich kein Riesen mehr. Ich bin made looten. Ausbau regenerieren. Ich bewege mich langsam in Richtung Ausgang. Ich glaube, das mache ich tatsächlich noch eben. Darf nochmal zurück. Loote die gute Dame. Und zünde sie wieder an. Ach, ich habe sie schon gelootet. Ja. Aber hey, wenn ich schon mal hier bin. Ich bin die Laterne gedroppt. Wo habe ich die Laterne gedroppt? Da ist eine. Trotzdem keine Riesen. Schlecht. Auf. Schlecht. Auf. auf. Einfach. Wenn ich keinen Anhaltspunkt habe. Wo der ist. Gehe ich einfach, würde ich sagen. keine ahnung das ist schon eine sehr interessante vorgehensweise das sind 100 pro zwei randoms gewesen soll ich also will ich sein und hier warten könnte natürlich auch das andere baut hier holen hat ich selber noch nicht aufgehoben worden so will ich sein wir warten ach guck mal was natürlich wo ich bin ein problem ich habe wenig deckung hier kann ich theoretisch noch die leiche sehen ich glaube die ist ausgebrannt aber das bringt natürlich nichts da er das baut hier hat irrelevant das tut er sie liegt da noch auch der haut ab das ist eine unfassbar merkwürdige runde das soll jetzt über gespannt ob das ein ob das mails waren was das hier auf youtube kommt falls ich mich dazu entscheide muss ich dran denken daran zu hängen auch für die xp und genau sie hat man das ruhig zu sein die pferde sind schuld schuld alles wie sie er geht runter ja gut interessierte runde auf jeden fall aber hey gewonnen kommt selten genug vor dass ich nur so eine runde gewinne mit inklusive kampf das ist eine ganz merkwürdige sache ich kann mich nicht daran erinnern daran erinnern zwei kill zu haben ja gut aber da die runde nicht so spannend war sie zwar lang aber nicht sonderlich spannend hänge ich noch eine runde quickplay hinten dran so hier gibt es noch die versprochene runde quickplay wir starten mit einer coldfall conversion mit einem schlagkriegmesser das ist ein sehr guter start wie ich finde damit kann ich auf jeden fall arbeiten so jetzt im quickplay muss ich natürlich nicht ganz so ruhig spielen könnte ich natürlich aber muss ich nicht da sind schon die ersten schüsse ich muss also ich will natürlich trotzdem nicht unbedingt hier wieder die brechstangen methode anwenden ich werde jetzt nicht über die halbe mit schleichen einfach versuchen halbwegs unbemerkt zu bleiben mit der hoffen dass ich potenzielle gegner zuerst sehe wo ist denn der riss dahinten erstmal was es hier so gibt eine chaosbombe zur ablenkung relativ schlecht noch eine chaosbombe gut ist jetzt nicht das beste vom besten aber das fährt will ich nicht unbedingt aufschrecken da gibt es eine waffe schön geht los gut wissen ja shit okay habe ich gerade eine reaktion sowieso der kartoffel gehabt ich hätte mich easy kill können ich bin mir nicht mehr sicher ob ich sie gekillt habe aber wahrscheinlich schon aber die zombies haben auf jeden fall geholfen ich danke euch Leute so zeige ich meine dankbarkeit bohrnheim nummer drei präzision und nagern precision ja komm ich glaube ich glaube bei der so rum für den fall dass ich halt eine große waffe finde bevor ich ausgehe was ich hoffe da zum beispiel ist das eine betracht oder eine martini henry martini henry komm nehm ich das heißt nischt cool ok mit der kürz ich bin jetzt gerade nichts ich habe noch keine du bist wohl gefunden aber ich hab noch mal fort kam ich als nächstes das auf jeden fall schon mal ein anständiger start haben ich schätze mal innen fort kam ich will ich mal nicht wie so ein beserker da rein röschen und abwarten so sind ich weiß dass er da ist aber nicht umgekehrt nicht gewittert kann natürlich jetzt passieren dass er schon lange über alle berge ist immer noch auf ihn warte warte einfach mal ganz kurz das weiß ich werde mich mal langsam vorantasten solange die mir jetzt gleich nicht in den rücken fallen deshalb so wild könnte er sein relativ close noch gewesen ach du schande ich werde ich das ich werde auf jeden fall nochmal irgendwie versuchen eine andere waffe zu bekommen eine andere hauptwaffe zumindest also gut die martini henry sein mag gerade in der maximalen version meine waffe ist es nicht das ist relativ close ich glaube da schaue ich mal vorbei ob ich da was snacken kann jetzt mal sehr close ich werde meinen turben dort platz nehmen ob ich von daraus was sehen kann die schüsse haben aufgehört sparks lr ich nehme mich tatsächlich eher sobald ich hier den turm verlassen ich nehme mich jetzt getroffen ich weiß auf jeden fall dass ich da bin da steht das nicht gut und fehler der hätte sitzen müssen das war schon das war schon wieder schlecht wenn man schon wieder zu einfach irgendwo irgendwo abhauen shit das gute an der sparks ist halt wirklich wenn du einen triffst weißt du du musst ihn noch anpusten der stirbt das war gedauert war ist sowieso vorbei gut 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 ich glaube ich nehme die bornheim die nicht wie leer ist da kommen es geht gut so dr struggles als nächstes dran wenn ich einer in die quere kommt aber die sind da schon intensiver befreit die schreck ich meine hier dachte ich hätte es gehört aber schon mal nicht einmal durch die lost station guck ob ich hier vielleicht noch eine waffe finde wo ich die sparks eigentlich ganz ganz in auto finde der kann ich auf jeden fall arbeiten was mir ein bisschen sorgen macht ist dass der typ halt noch in einer in die richtung gezielt hat bevor ich meinen schuss verkackt habe durch den compound also gehe ich davon aus dass da noch einer lebt wer vielleicht gleich in den rücken fallen könnte lass mich überraschen sollte ich gewetterlich finden egal in welcher form werde ich sie nehmen wenn ich sie weiter leveln kann und dann hoffentlich doch bald mal die silencer freischalte oh shit also will er gab es mal verloren die sind auf jeden fall abweiten er wird mich gehört haben wo ist er der 100 pro der kämpft hier wer wartet hier okay alter nice der war schick klamsi ja gut leider kein sieg aber trotzdem ganz gut zwei kills kann man machen auf jeden fall der der oder die der dr de